Ich zeig dir heute, wie du diese 0-Tick-Kelb-XP-Farm in der Bedrock Edition baust und ich will sagen, wir fangen damit jetzt auch direkt an. So, die Farm ist eigentlich super schnell und easy gebaut. Ja, wir legen einfach mal los. Kannst du dir hier Blöcke deiner Wahl nehmen. Wir machen mal 1, 2, 3, 4. Das ist unsere Plattform, die wir gleich brauchen. Ja, und gehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach vorne. Also, 4 hier, 6 dort hinten. Ja, wir sehen es hier auch. Genau dasselbe. Jetzt gehen wir an die Seite und bauen hier unsere kleine Mini-Clock, die wirklich nicht schwer ist. Dafür nehmen wir einen Redstone hier, setzen einen Redstone hier hin, setzen einen Block davor, setzen da dran eine Redstone-Fackel, setzen jetzt hier drauf einen Block, brauchen jetzt noch einen Repeater, den wir hier haben. Setzen den hier vorne hin, so diese Richtung und setzen davor auch wieder einen Block, gerade so. So, sehen wir schon, das Ganze blinkelt hier, nehmen wir einen Hebel, machen das weg. Als nächstes brauchen wir wieder Blöcke hier hinten, legen das einmal hier rum, so komplett, packen einen Redstone drauf, sodass das hier alles angeschlossen ist. Merken, hier haben wir nichts mehr, den können wir eigentlich weglassen, so. Sind ja nur die vier. Nehmen jetzt unsere Sticky Pistons, machen 1, 2, 3, 4, sehen die Fahnen aus. An der Ecke, wo die ausfahren, auf der Höhe des Repeaters, machen wir hier nochmal vier Blöcke hin. Und da drauf kommt viermal Sand, den brauchen wir gleich für das Kelp. So, was ich noch sagen kann, wichtig ist, später, wenn das Ding läuft, kann es passieren, dass hier Sandblöcke hinfallen, ja. Deswegen würde ich hier ein kleines Loch lassen, um immer nachzugucken. Wenn da Sandblöcke hinfallen, unterbricht das den Mechanismus, die muss man dann wegmachen, ja. Kann durchaus mal passieren, aber eigentlich sollte es nicht. Wir machen das jetzt hier so zu, einmal komplett, hier, den zu, einmal hier zu, so. Komplett drumherum, hier auch auf dem Sand zu, hinten zu, so. Jetzt können wir hier, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 drauf machen. Zwei Reihen Sand, wieder komplett zu machen. So, bam, 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 bam. Einmal komplett zu. Und jetzt haben wir schon fast unsere Farm fertig. So, im nächsten Schritt gehen wir einfach hin und machen hier hinterher wieder so vier Blöcke drauf. Eins höher, ja. Und da setzen wir jetzt normale Pistons drauf. So, so, ja, bitte Pistons, keine Steine, sehr clever, Ede. So, ja. Jetzt müssen wir hier hingehen und hier nochmal so eine Redstone-Konstruktion machen, wie hier hinten. Wir sehen das, dafür hauen wir hier den Block weg. Nehmen eine Redstone-Fackel, so, jetzt sieht man, kann man hier auch reingucken, kann man den Block dann dran lassen, ne. Machen hier noch eine Fackel dran. Hüpfen einmal hoch. Machen hier einen Block drüber. Machen hier eine Fackel hin. Und setzen jetzt hier drüber halt die Blöcke hin. So. Dass wir hier hinter auch wunderbar den Redstone anschließen können. Jetzt können wir mal gucken, ob sich das Ganze hier bewegt, so wie wir das wollen. Einfach testen. Man sieht, es bewegt sich und funktioniert. App, einmal hoch. So, jetzt bauen wir das ganze Ding zu. Drumherum, denn wir brauchen ja auch noch Wasser. So, hier noch zu. Dort und dort. Jetzt muss ich auch gerade überlegen. Wir brauchen noch eine Etage drüber. So, hier bitte keine ganzen Blöcke. Hier vorne machen wir das so zu. So, hier auch. Und hier in die Mitte kommen jetzt Stufen. So, hier müssen wir Stufen reinmachen. Keine ganzen Blöcke. So, dass wir hier die Kammer vorhaben. Hier kommt gleich das Wasser rein. Und der Kelp, das bleibt. Hier vor kommen jetzt Trichter. Wir brauchen Trichter. Den nehmen wir mal gerade. Da können wir dann einfach in die Mitte setzen hier. So, machen den zur Seite dran. Machen den zur Seite dran. Die beiden mittleren wieder weg. Brauchen jetzt die Truhen. Die haben wir hier. Den brauchen wir nicht mehr. So, Truhen dran. Können jetzt die Trichter wieder hier oben reinmachen. So, dass alles, was hier eingesammelt wird, da rein geht. Als nächstes brauchen wir den Wassereimer und die Knöpfe und den Kelp. So, jetzt machen wir nämlich hier drin das. Wir nehmen den Knopf. Den packen wir jetzt. Lass mich nicht lügen. Hier hin. Eins, zwei, drei, vier. So. Glas brauchen wir auch noch. Das haben wir hier. Dafür brauchen wir die nicht mehr. Das Glas kommt jetzt hier drauf. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt sehen wir schon, wir haben hier eine Reihe vergessen. Das müssen wir auch noch zumachen so. Sonst sieht das kacke aus. Beziehungsweise läuft da alles raus. Das wollen wir nicht. Also noch eine Reihe hier vor. Das ist die Kammer hier jetzt, wo wir gleich unser Kälb halt züchten. Machen zu, so dass hier nichts ausläuft. Sehen schon, jetzt ist das Wasser hier drin. Alles, was hier spawnt, wird dann hier vorne hingekickt und kommt in die Kisten. So, hier haben wir dann eine nächste Kleinigkeit. Es kann sein, dass hier Blöcke runterfallen. Dann einfach neue hinsetzen und neuen Kälb pflanzen. Muss man zwischendurch mal gucken. Aber man muss die Farm später nicht mehr so oft anmachen, weil die wirklich Unmengen an Kälb abwirft. Unmengen. So, wenn wir das Ding so fertig gebaut haben, können wir jetzt mal ausprobieren, ob es funktioniert. Wichtig, gerade durch das Wasser ist hier die Fackel weggeschwemmt worden. Gucken wir mal nach, ob sie auch wirklich da ist. Ja, wir probieren mal aus. Jawohl, und wir sehen schon, wie da oben der Kälb immer weiter fließt. Wir gucken mal hier rein. Man sieht, wie schnell wir Kälb ansammeln. Also die Truhe wird ratzfatz voll sein. Deswegen sagte ich gerade auch, man muss die nicht so oft anmachen. Wir gucken jetzt nochmal hoch. Der ganze Sand ist da geblieben. Wie gesagt, es kann passieren, dass der hier runterrutscht. Dann einfach neuen bauen. Was machen wir als nächstes? Wir sehen es da hinten. Wir bauen jetzt hier nochmal Folgendes hin. Und zwar brauchen wir jetzt die Öfen. So, die packen wir hier hin. Einfach hier. So und so in die Mitte. Jetzt brauchen wir nochmal Trichter. Die kommen hier drauf. Dann kommen hier vor zwei Trichter. Da kommt nochmal eine Truhe rein. Hier kommt jetzt unser Brennstoff rein. Am Anfang nehmen wir einfach einen Kohleblock. Oder Kohle, die du hast. Für halt unsere Befeuerungsanlagen. Für die beiden Öfen. Das müssen wir nehmen. Später ist das coole an der Anlage hier. Ich zeige es jetzt gleich nochmal. Wir haben sie ja schon. Der getrocknete Cape, der hier rauskommt. Den kann man auch, wie man hier unschwer erkennen kann, wunderbar als Feueranlage nehmen. Also hier als Brennstoff. Deswegen nehmen wir Cape. So, jetzt kommt das hier rein. Hier rein. Und wir sehen, es sammelt sich schon hier unten an. Und wir können uns immer hier die XP rausholen. Ist hier schon was drin? Ja, er ist schon am Brennen. Das soll natürlich voll bleiben. Ja, deswegen, wenn wir nicht am Anfang so lange warten wollen, können wir hingehen und einfach hier unsere Steine nehmen. Warte, nicht da, sondern hier erstmal die Kiste voll machen. Dass da alles voll ist und nicht immer weiter Seetang reinkommt. Wir können vielleicht so ein bisschen freilassen, wo wir den Seetang haben wollen. Machen hier mal alles voll. Machen die Kiste voll. So, rips. Am besten. Ja, das war sehr clever. Mit anderen Sachen, sodass sie nicht wieder nach unten gesaugt werden. Machen hier alles voll. Machen hier alles voll. Nur einen freilassen für den Seetang. Hier unten auch. Wir sehen, der wird voll. So. Gucken wir mal. Der andere hier wird voll. So langsam. Lassen wir das mal kurz weiterlaufen. Beziehungsweise wir sehen, dass hier hinten an der... Ich glaube, hier ist noch was drin. Wir gucken jetzt mal. So. Guck, hier ist noch was drin. Dann gehen wir mal gerade in den Survival-Modus. Und sehen jetzt, wir sind Level 5. Und wenn wir dran gehen... Klicks, sind wir Level 6. An dem hier... Bling. Level 7. So gut wie 8. Also so kannst du ganz schnell immer weiter EP farmen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren. Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zum nächsten Tutorial. Euer Ede. Wir tun es vor lustendo. Ich kann es etwas mit vária. Hier haben wir das.